Hallo zu allen Leuten in Deutschland. Mein Name ist Mick Foley und ich bin der Executive Shareholder auf TNA Wrestling. Ich weiß, mein Deutsch nicht so gut ist, aber ich habe mit wichtigen Leuten gesprochen und ich will einen großen Entkundigung, einen großen Impact an TNA in Deutschland haben. So bleibt dran. So bleibt dran.